Ja Leute willkommen zurück zu GTA Online heute mal im Casino mit Jan aka Millikan Gaming Hallo und wir spielen mal ein bisschen Blackjack Leute Regel fürs echte Leben fangt niemals mit Glücksspielern kommt da nie wieder raus richtig jetzt hab ich nicht gehört weil ich Prozent und ich glaube die mit den Bildern die 10 10 ja ich hab das nicht verstanden neun innen muss nachdenken ohr Aachen nicht. Nichts. 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 Ja ich hab 21. Wollt's mich verraschen? Sieht hier wenn er éllte. N-wollt es mich verraschen? Hahahaha. O gottes Willen. Ich setz. Oh Gott. gut ist jetzt 30 nur ist gut ja ohne ah Ahhhhhhhh Ich finde es gerade wegen Ja Oder das 10 Nein Nein Ich habe auch 60 Äh du auch? Was hattest du finde? 19 Ich habe 17 gehabt Wieso gewinnst du auch? Ach so bei dem geht es nur darum Hörst du der Dingsdesign Hörst du der Kopierer Ja keine Ahnung Ich habe kein helles Alter Wie schätzt ich jetzt mal 50 Ja ja 10 Ohhhh Blackjack Let's go Let's go Ha Wohr 17 ist kritisch Ach komm Ha Drüber Ne ich habe auch 21 Ich habe Blackjack Let's go Oh ich habe 125 gewonnen Warte mal kann ich sein Ich habe mehr als ein 20 Let's go ich habe Blackjack Leute ich Hä hat dich nicht Ich set 100 Kann ich auch Geh ich nicht mal höher Ja Irgendwann Leute Ich habe 11 Du bekommst jetzt Blackjack Ich habe 20 Ne das halt ich Ich muss halten Alter ich bin verrückt Das ist dumm Ja klar musst du das halt nicht auch Aber das ist so dumm Ich habe 200 Ich habe 200 Jetons Let's go Leute Ich mache mit 200 Immer das was wir gewinnen setzen Das sind Oh Gottes Willen Ne ich mache 200 Bist du verrückt Jetzt habe ich Ich habe nur 24.450 Jetons Nein Ich habe 5 Ich habe nur noch 16.000 Wow 15 Ja wow Ich habe 14 Und ein 5er Another time Ich also Ah komm Es ist wahrscheinlich die dümmste Sache 17 Und gib 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 Wow oh ne jetzt ist noch schlimmer Komm Es ist wahrscheinlich eine scheiße Idee 1 Mehr als 21 scheiße Come on bitte gib mir etwas gutes Oh Scheiße Äh Riese Scheiße Und 14 Oh Dealer goes bust Oh Das ist du gewonnen Ich habe 400 bekommen Willst du mich verarschen? Ja der Dealer hat überworfen sozusagen Ja ich weiß Geil ist das 400 Ah komm 400 Ich kann man im Casino voll viel Geld machen Ja und auch ganz viel Geld verlieren Leute ich sage immer Geht nicht ins Casino bei der Reihe macht ihn nicht wir sind nur im Spiel wir sind nicht süchtig nein gar nicht wenn man karte 16 20 auf gar keinen Fall bist du verrückt ne die Gap ich bleibe auch Leidmann und wieder verkackst 400 lässt so wie wir vier und fünf ein Blut ja er du hatten du der Coupé bla bla in diesem Ort ich setz mal 50 in der Mitte auf den geraden Betrag um ich habe so ungerade Beträge Beträge neun und spiel denn schon spielt man schon um die Millionen oder ja noch nicht 10 Liga was 16 das Spiel so dumm mit dem er merkt es sich ab komm noch mal Prozent ich glaube es besser so also auch schon wieder das gleiche und ich geh jetzt mal 500 ja gut komm ich mach jetzt auch ich mach 400 ich mach 500 und dann komm ich mal auf 500 mein Gott was soll der Geiz ja was soll der Geiz ich hab zwei was hab ich jetzt hab ich zwölf was hab ich denn für scheiß Karten sag mal ich hab 20 Liga ich hab echt die scheiß Karten vor dem Herrn mehr als 21 na klar ich hab eigentlich immer gut geklappt bisher was hast du gesagt ja Digga aber eigentlich waren die Karten echt gut ja gut soll ich tausend setzen ja warte 8 scheiße ich kann nicht doch nee ich kann nicht erhöhen machen mal 500 danach können wir beide tausend ja ja wir gehen wir nach in Prozent bevor es die Aufnahme fertig gehen wir wollen aber wirklich zwölf Boah Liga ich hab 10 komm gib her ich habe 20 ich Wui also doch ja ich ich behalte mich so 20 wer hat der Kopierrad jetzt wieder ja ich hab 1000 Gen Tost gewonnen Ego ok komm sie verspielen wir jetzt wieder haha ja wollen wir all in gehen oder ne warte noch warte noch ja oder willst du die Folge schon beenden ne Gottes Willen äh ich setz 400 bis jetzt 1000 Alter gelb oh yeah komm schon jetzt noch ein König oder so ich hab 19 willst mich verarschen Och ne ich hab 16 so ne dumme Zahl und so viel Geld gewettet scheiße ja komm doch gib ich muss was ist los Alter ich hab ich hab ich hab 800 ich hab ich hab gewonnen ich hab 2000 du hast 2000 gewonnen ja 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 oi oi Alter willst mich verarschen ja jetzt setz ich 2000 haha ok go komm hier ich setz jetzt 800 ne kann ich nicht ich setz jetzt 1000 komm hau raus so hau 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 was hatten der Typ der hat ach komm hau 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 ach Gott ich hab Angst wenn ich jetzt tippe hau scheiße nein ich hab's halt der Wichser Spiel ja so schnell kann das gehen dem Glück spielen ne so schnell kann es gehen egal jetzt muss ich nochmal 2000 setzen damit ich danach 4000 habe dann habe ich alles wieder reingeholt haha mach ich so ich setzte jetzt 2000 kommen gib mir 3 3 3 ich hab 18 oh ach du hast schon wieder so behindert keine ich hab 12 Digga save komm gib 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 ach nein soll ich ach ne komm scheiß paul das ist überlassen dein Geld und wird hat ja auch ich hab 4.000 Getaus gewonnen 8.000 ich hab 8.000 ja setzt die alle wieder alle Leute wir haben Spaß ne wir haben Spaß er war mal hier ich hab sowohl ich hab's ich selbst ja sowohl ich glaube man kann nicht mehr man kann nicht mehr als 5.000 das ist ja nicht was das ist ja kann ich nicht ohnehin gehen mach mach das kann ich jetzt 5.000 bis ein Jürgen gehen dann ja 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 ich bin ja auch scheiße wenn ich all in gehen kann ich glaube ich immer all in beim Roulette wir wechseln gleich mal zum Roulette Leute all in ja ja 410 ich hab 7 gib mir mal ne Karte also ich wäre hier zugeblieben nein 19 bleibt oh oh ich glaube ich mach mal kommt die aber etwas gut ist achten scheiße 5.000 ja ich hab auch 5.000 ich habe 5.000 wiederbekommen kommen wir jetzt mal zum Beginn mal zum Roulette ja ich gewinne ich verliere ich weiß ich wollte es hier das ist voll ja komm wir gehen dann das hier wir müssen mal mit den anderen hingehen um 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 also wo es mal Wetteeinsatz komm wir gehen direkt komm wir gehen direkt mit 100 Alter ja komm ich setz auf das ist auch auf Rot das 100 das 100 das 100 ich setze auf alles 100 ich bin auf Schlau ich bin ich bin ich kann ja nur gewinnen aber ich kann auch scheiße ich auch das was ist stupid kann ich werden auch wieder wegnehmen da ist oh ich bin so dumm so mal gucken, worauf die landet. Ich hab auf rot gesetzt. Ich hab auf alles gesetzt. Ja, klar. Aber es ist halt auch dumm, wenn ich nichts verliere. Ja! Oh! 200 Jetons! Wem komm ich? Ich hab 300 gewonnen. Ich hab gar keinen Verlust gemacht. Gut, komm, ich setze... Jetzt hat es rot, jetzt gibt es exponentiell schwarz. Ja, hier ist auch der Wettensatz. Es ist hier auch 5000. Das ist kacke! Ich setze jetzt auf das Ding hier 500. Ach nee, warte mal. Warte mal, man kann auswählen, wie viel man einsetzt. Wettensatz 500. Und dann kann man, warte mal, 500.000... Also das höchste Ding, ich hab jetzt mal 5000 gesetzt. Also das höchste Ding ist doch 5000 anscheinend. Ich hab jetzt 5000 gesetzt. Ich hab wieder froh. Musst du erst mal was bringen? Komm! Komm, Gibi! Gib me! Gib me! Wie? Kann man sich die Jetons, die man gewonnen hat, mich eigentlich auch irgendwo auszahlen lassen? Ja, ja, ja. Als richtiges Geld in der Kasse halt. Mit dem mal gucken. Auf schwarz ist es nicht. Ja, schwarz ist es rum. Hui, ich hab gewonnen. Okay. Okay, ähm... Ich setze 500... Diesmal wieder auf Rot. Ich setze 500... Ich setze 1000 auf Rot. Oder nee, komm, warte mal, ich setze jetzt mal... 500 auf... So, 500 auf. 2 bis 12. Komm schon, muss da was... ras, komm! Komm, 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 gib, 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 gib. Komm schon, Rot. und gilt 2 12 Prozent Kanade Geräte größere zahlen nein okay komm ich gehe zu verloren würde das letzte war sie letzte Runde dann gehe ich mir die toll auszahlen lassen die ich selbst mal die Orden ich werde nicht auch in den können die Orden auf doch mehr auf Jahr das ist Kürtel ich verstehe ich will nicht warum ehrenlos wirklich so alle letzte Runde und dann geht's ab an die Kass bekommen wie für mich von meinen übrigen Schulte ausgezahlt bekommen wird ausgezahlt ja was ich davon bekomme dann am Ende ja gut ja das er kommt rot die Bicke die Bicke 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 doch ich gehe jetzt Prozent mir mein Zeug auszahlen lassen so wo sie die Kasse hier und dann kommt jetzt das ist eine gute das macht jetzt ein zum Abteil ich gehe jetzt erst mal zu Schuss zahlen dann Prozent die ist so am Rad das macht es sowieso immer wieder Prozent Keine Ahnung ich gehe jetzt mal hier zur Kasse Exit hier steht Exit also wird er wahrscheinlich richtig sein Wolle du drehst jetzt wo ist die Kasse mit der jetzt erst mal das ist am Rad oder was wird sein er muss er neben die nicht drehen doch muss dabei nicht gehen was soll schon gedreht muss er eigentlich die stehen irgendwo es ist hier hier müssen aber ich hier stehen die Irgendwo die Spiele bei der Aktivität das überreicht immer ein bisschen und die Scheiße Pono Bömer macht es kommt bei mir gar nicht dann war ich die ganze Zeit zum Kasse und den Gratisbonus und zahlen ich zahle mal meine Chitons das ist eine sehr schöne Idee Pesurabonus Chitons erwerben Chitons eintauschen ich möchte einfach alle mein Maximum so alle meine 25.400 Chitons einzahlen ja so jetzt habe ich bei der Maupen bei der Maupen geht jetzt ich kann leider nicht nur schaden komm ich war nicht nach Hause das ist mindestens zu können wo geht es mir kommentiert aus hier geht es irgendwo raus dann müssen wir mal hier 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 geht es ja nach unten zum Parkhaus ja ja also wie man jetzt mal sieht also ich habe jetzt meine 25.000 Chitons eingezahlt und ich muss ganz ehrlich sagen es ist hammer ich habe jetzt ich muss gleich mal gucken wie viel Geld ich jetzt habe ich habe jetzt an Geld ich habe jetzt an Geld warte mal bei der falsche Knopf ey ich habe irgendwie einfach fast 4000 also ich habe 4000 irgendwie plus gemacht bist du schon im Parkhaus Casino Leute ne ich bin da oben ich war da draußen ach so ja gut warte Leute deswegen merkt euch Casino lohnt sich also äh Leute merkt euch Casino lohnt sich wenn man Glück hat im Leben nicht immer weil man hat gesehen ich habe 1000 gesetzt 3000 verloren ja wie komme ich jetzt raus ach so jetzt gut wo stehst du denn du ach da stehst du was ach so ne anwesend wollen dein Dingsmobil ja wie sagt man genau James Bond genau he 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 okay oh Leute Leute also merkt euch Leute geht niemals ins Casino macht niemals Glücksspiel lasst die Finger davon weil das kann euch ganz ganz schnell um die Ohren fliegen ja wir reden aus Erfahrung ja wir reden aus Erfahrung zumindest was die Computerwelt angeht ja die Online Casino der gewinnt immer fuck mein Auto dann kannst du auch nicht fahren ey sagt er ihnen das letzte Mal bei der Vorbereitungsmission gegen die Wand gedonnert hat mehrmals ja mehrmals ne oh er fickt dich Tony haha nur wegen dem oder ja nur wegen dem bei dem mich angerufen hat oh was bist du denn allzu schreckhaft ja geiler Drift sei denn mal nicht allzu schreckhaft ey ich bin Profifahrer ohhohohoho keine Unfälle ich mach nie Unfälle ja so wie zum Thema ey das war beabsichtigt natürlich 2 Sekunden vorher so warte mal hier jetzt kannst du aussteigen ja Leute ich würde mich an dieser Stelle dann verabschieden Prozent 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 oder von Maro und die Paprika auch 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 ich sage auch ob die Dichter er fiktig lässt da aber wird ich steck fest so haben wir nicht rausgeklaut ha 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 Jeter das erledigt schwer Leute ähm sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis denn schaut auch mal gerne bei Prozent mit dem Leben vorbei der macht auch recht immer schöne rechte Videos Hilfe die Polizei kommt Nein Oha Ciao Leute Ciao